Und ich hab ein Haftlohn so gebracht! Okay, wenn ihr so noch einmal ganz am Abi verringt... Ähm, die revolutionären... 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 Oooo... Abi!! Ich hab' wie gesagt... Mann, das ist natürlich auch so, dass die so einen schönen Bruder aneilt... Ja! Egal... Insekten... Einmal ganz laut, Abi... Ganz nett? Ganz laut.. Abiepsel! Oh lauf, nein... Bitte! Die schwein doch auch im Unterricht... Also... Einmal... Eins... Zwei... Drei... ABI!! Jachau! Mutiva! Was? Du bist so cool! Wer? Wer denn? Hallo! Ja, fand ich cool. Vor allem die ersten zwei drei. Die letzte fand ich dann ziemlich schwer. Aber die ersten zwei drei hätte ich auch beantworten, weil... Wenn der jetzt noch so ein Skater ist, der reicht jetzt mal von Wolfgang. Richtig, wer auch das? Jawoll, wie lieb! Was? Was? Warum machst du das? Ich geh jetzt runter in den Garten. Jetzt gleich! Ja, jetzt geh ich runter in den Garten, was die Schülerin machen will. Ich hab die ersten noch kurz einkaufen.